Liebesbriefe von Markus Heute Und jeder nur noch über die Beerdigung berichtet Und was als nächstes in der royalen Planung ansteht Und die die im Sommer einfach die ganze Zeit durchgearbeitet haben Jetzt entweder am Oktoberfest sind oder endlich Urlaub haben Sitze ich hier und habe gearbeitet Weil mein Sommerlabor schon längst rum ist Und möchte euch in einer neuen Folge Nicht über eines dieser Themen berichten Sondern Bücher Wir vergessen wohl, dass es auch Büchermessen gibt Die jetzt im Herbst und Winter stattfinden Und das Lesen gerade in dieser Zeit Wenn es draußen etwas kälter wird Eine der schönsten Dinge ist, die man machen kann Und was möchte ich tun Ich möchte euch hier drei Bücher vorstellen Die ich gelesen habe Und die ich super fand Und ich muss sagen Ich lese nicht sehr gut und nicht sehr schnell Aber wenn ich es mal schaffe Bücher wirklich zu verschlingen Und sie mir sehr gefallen Dann muss ich darüber berichten Und manche Bücher Auf dieser Liste Und ich werde euch drei vorstellen Habe ich verschlungen Und manche Bücher Habe ich mir reinzwingen müssen Aber sie waren es alle drei wert Also legen wir gleich los Buch Nummer eins Auf dieser Liste Und eines der Bücher Das ich mir richtig reinzwingen musste Aber auf irgendeinen bestimmten Punkt Wirklich verschlungen habe Ist Far Night 451 von Ray Bradbury Ray Bradbury ist ein bekannter Science Fiction Autor Der neben diesem Buch unter anderem auch die Mars Chroniken geschrieben hat Weshalb er sehr bekannt ist Und Far Night 451 ist meines Wissens sein bekanntestes Buch Und ja was soll ich sagen Dieses Buch ist legendär Es wurde zweimal verfilmt Einmal in den 60ern Wobei wenn ihr euch den Film reinziehen wollt Der Film aus den 60ern Schräglich 70ern glaube ich 70ern Ist wesentlich besser Wie der Wie der neuere Mit Michael B. Jordan Wesentlich besser Und bringt das Ganze auch wesentlich besser rüber Worum geht es in diesem Buch In diesem Machwerk Das mich eineinhalb Jahre gedauert hat Um es komplett zu lesen Es geht um eine Gesellschaft In der Zukunft In London Wenn ich nicht ganz falsch bin In der Bücher verboten sind Ein absolut faschistisches Regime regiert Und da Wissen Macht bedeutet Sind Bücher verboten Denn Bücher würden Menschen ja dazu bringen In fremde Welten abzutauchen In absolut Auf absolute neue Ideen zu kommen Beziehungsweise Bücher würden wohl den Samen Des Widerstands säen Und darum gibt es eine eigene Feuerwehr Oder eine eigene Sonderabteilung Die Glaube ich sogar Feuerwehr heißt Beziehungsweise Die wie die Feuerwehr Agieren Und die Leute aufspüren Die Bücher besitzen Und diese Verbrennen So Und zwar brennen sie halt Wenn sie Bücher sehen Das ganze Haus nieder Im Film ist es ziemlich interessant Denn gleich am Anfang wird hier gezeigt Wie sie Wie sie ausfahren Und ein ganzes Haus niederbrennen In dem jemand Bücher versteckt hat Es gibt Schulen In denen gelehrt wird Wie Bücher versteckt werden Und Der Hauptcharakter Ist Ein Ein junger Mann Mit dem Namen Guy Guy Montag Der ist Feuerwehrmann Und Wie gesagt Seine Aufgabe ist es Bücher zu verbrennen Und wenn Die Feuerwehr Nicht gerade Bücher verbrennt Dann Verspielen sie Fast ihr komplettes Gehalt Oder Teil ihres Gehaltes Bei Freizeitaktivitäten Wie Robotern Die Ratten jagen Auf Roboter Die Ratten jagen Zu wetten Also Gewisse Gewisse Ganz komische Futuristische Freizeitaktivitäten Aber ich schweife ab Guy Montag Ist in London Feuerwehrmann Ist ein hoch angesehener Job Und Er und seine Frau Wünschen sich natürlich Ein Leben In 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 Ruhm und Reichtum Und Es führt Eines Tages Dazu Dass Guy Bekanntschaft Mit einer Frau macht Die eine ganze Bibliothek In ihren Speicher hat Und Dadurch In ihm Dieser Funke Des Nachdenkens Gesät wird Hey ist das Was wir tun Eigentlich richtig Und Er beginnt Zu zweifeln Mit dem Leben Das er führt Und beginnt Immer und immer Und immer Und immer Mehr Verfolgungswahn Zu bekommen Denn Er hat ja nie In seinem Leben In irgendeiner Weise Ein anderes Leben Geführt Beziehungsweise nie In seinem Leben Widerstand Gezeigt Und Dementsprechend Hat er Natürlich Da noch Immer wieder Angst Dass jemand Das mitbekommt Und ihn Verfolgt Und Ja So Spinnt Dieses Ganze Ding Eine Geschichte Die sich Immer weiter Und immer Und immer Und immer Weiter Aufwiegelt Bis zu Wirklich Absolut Tollen Und Schrecklichen Und traurigen Aber absolut Begeisternden Szenen Die auch im Film Toll dargestellt Werden Und Die ganze Welt Ist so ein wenig Futuristisch Erzählt Von der Art Und Weise Wie Menschen Ja Bei der Stange Gehalten werden Wie Wie sie Zum Teil In Blade Runner Beziehungsweise In 1984 Ähnlich ist Also zum Beispiel Das Wohnzimmer Besteht zum Teil Aus Video Wänden Und Und In den Video Wänden Spielst du dann Zum Beispiel Videos ab Von Familien Und Und Ja Um vorzukaukeln Dass man Freunde Hat und nicht Allein ist Und wenn man Reich ist Hat man natürlich Im Wohnzimmer Das nur aus Video Wänden Besteht Ähnlich wie Die eine Videowand In der Fernsehen Propaganda Fernsehen Die gezeigt wird In 1984 Zum Beispiel Ist der Fall Oder ähnlich Wie die Stimmungsorgel In Blade Runner Und Ja Es zeigt uns Eine dystopische Zukunft Es gibt natürlich Mehr Bücher Die so dystopischen Zukunft Zeigen Aber Die Prämisse Dahinter Dass Einer hier Bei der Feuerwehr Arbeit Die eine Aufgabe Es ist Bücher zu Verbrennen Und Leute Aufzugreifen Die Bücher Verbrennen Die Bücher Besitzen Ist natürlich Eine ganz Geiler Twist Oder eine ganz Geile Idee Ich kann das Buch Je nur empfehlen Es ist am Ende Etwas Kryptisch Geschrieben Im Film 50 Nicht Nicht so schnell Ist 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 Es ist eine Tolle Empfehlung Also Ray Bradbury Warnein 54 Mein erster Tipp So wir Bleiben Etwas Bei Ja nennen wir es Science Fiction Nennen wir es Body Horror Aber Gehen ein bisschen In die Klassiker Mein zweites Buch Ist Franz Kafka's Die Verwandlung Ein Reklambuch Ich liebe diese Reklambücher Weil man Auch wie gesagt Tolle Bücher Mit tollen Ideen Und tollen Geschichten Klassiker Relativ gut Und einfach Im Handtaschenformat Finden kann Die nicht viel kosten Ich glaube das Buch Hat 2 Euro gekostet Ich finde es einfach super Kurze Schleichwerbung Ist keine Werbung Ich mag einfach Reklambücher Und habe ich mir alle selbst gekauft Möchte ich kurz mal sagen Was ist die Verwandlung In der Verwandlung Von Kafka geht es um Gregor Samsa Gregor Samsa Ist ein Kaufmann Das spielt so Ich glaube in den 1950er 1915 1920er Jahren 10er 20er Jahre Ich meine in Berlin Wenn ich es noch richtig im Kopf habe Gregor Samsa Ist ein Kaufmann Er ist von seiner Familie So der Der Haupteinnahme Die Haupteinnahmequelle Verdient nicht schlecht Ist meines Business Wie gesagt Reisender Verkäufer Und Wacht eines Morgens auf Und hat sie in eine riesige Kakerlake verwandelt Und ich liebe persönlich Solche Ideen Darum liebe ich auch Bücher von Jun Bücher und Comics von Junji Ito Da sie Dich einfach in so eine Sache reinwerfen Und nicht erklären Warum ist das so passiert Also es wird mir erklärt Warum es sowieso hat er sich Dahingehend verwandelt Ähm Es ist aber auch nicht so Wo das ist jetzt gesagt wird Er fühlt sich nur so Ne Er verwandelt sich wirklich In eine riesige Kakerlake Und es geht darum Wie seine Familie Sein Chef Seine Schwester Sein Seine Ihre Haushälterin Mit dem ganzen Thema umgehen Also Ähm Er möchte aufstehen Da er nicht so schwer In die Arbeit kommen will Ähm Merkt er Seine Kakerlake Seine Familie kriegt es mit Rastet natürlich erstmal Komplett aus Dementsprechend geht er Nicht zur Arbeit Das heißt Irgendwann kommt sein Chef Oder Vorarbeiter daher Nimmt natürlich sofort Reis aus Als er rausfindet Oh Gott Ähm Eine riesen Kakerlake What the fuck Und ähm Ja Es wird unglaublich Traurig Aber auch Unglaublich interessant Und es wird halt erzählt Wie sowas Eine Familie prägen kann Und ich fand das Ende Ganz besonders sehr Zwar traurig Aber auch sehr harmonisch Sehr harmonisch Ähm Im Hintergrundtext Wird noch gezeigt Ähm Schon der erste Satz Aus Kaffs Das berühmte Erzählung Vermittelt Schlager Die Irritation Die sich in das Verhältnis Zur empirischen Verwirklichung Eingeschlichen hat Die die problematische Schnittstelle äußert Und inneren Realität bestimmt Als Gregor Samsa Eines Morgens Aus ruhigen Träumen Erwachte Fand er sich in seinem Bett Zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt wieder So Ähm Lasst euch doch mal verzaubern Lasst euch mal hereinwerfen Ich kann sagen Mir hat das Buch sehr gefallen Auch ein Buch Was ich komischerweise Trotzdem Dass es ähm In dieser Reklamaske Nur 87 Seiten hat Oder ich glaube Es ist auch nur eine Novelle Ähm Ich sehr lange gebraucht Um uns zu lesen Aber für zwischendurch Kann ich es echt mal empfehlen Die Verwandlung Ist für mich ein Klasse Den er mal gelesen haben sollte So Und ist jetzt nicht so was Wie Goethes Faust Wo ich sag Da muss ich erst mal hier Gefühlt fünf Jahre rumlesen Bis ich es mal fertig hab Oder bis ich es mal verstanden hab Kann ich nur empfehlen Ähm Mein zweiter Tipp Die Verwandlung von Franz Kafka So Freunde Als letztes gibt es noch Ein schönes kleines Auf eines Büchlein Welches ich im Urlaub Für mich verschlungen hab Ähm Ich habe an einem Tag Namentragenden Drei Hexen Sagen ihm seine Zukunft voraus Sie sagen er wird zum einen Neuer Tane Oder Tarn von Kodor Kodor ist auch ein schottischer Adliger Der dem König eigentlich In den Rücken gefallen ist Und sich mit den Einfahrenden Feinden Verbündet hat Was Macbeth Allerdings nicht weiß So Also dass Kodor Zum Todevurteil wird Und er dann Der neue Tarn wird Das weiß Macbeth noch nicht Und dann Sagt man ihm voraus Pass auf Ähm Du wirst auch nur Zukünftiger König Von Schottland werden Macbeth nimmt das Ganz erstmal so hin Drift sich mit dem Schottischen König Und wird relativ schnell Zum neuen Tarn von Kodor Erklärt Also bekommt einen neuen Hörern Adelstitel Und dann Denkt er wirklich Über diese Prophezeiung Nachzudenken Und ja Was passiert Er reitet zurück Mit dem König Im Schlepptau Zu seiner Burg Um den Den Sieg zu feiern Und als er dort Angekommen ist Ähm Wobei er weit Vorgereitet ist Beredet er mit seiner Frau Und äh Erzählt ihr das Ganze Und ähm Seine Frau Bringt ihn darauf Hey Das muss eine Prophezeiung sein Ähm Du sollst den König umbringen Um neuschottischer König zu werden Und Sie starten ein Komplott Um den König zu ermorden Und ähm Macbeth Neuer König Von Schottland Und verfällt Komplette Machthunger Also er lässt Wirklich reihenweise Leute Äh Ermorden und hinrichten Die in irgendeiner Weise Zu gefährlich werden könnten Und das Ganze Endet und verspielt sich In einer Art und Weise Die ich unglaublich finde Und wunderbar schön Erklärt finde Und was ich äh Äh Auch noch toll finde Ist Es ist wirklich Geschichtlich gesehen So ein So ein schönes Äh So eine kleine Aber feine Geschichte Die sich Geschichtlich gesehen Wahrscheinlich Wenn man mir erzählt Dass es sich das Wirklich zugetragen hat Würde ich es wahrscheinlich Absolut verstehen Und absolut abnicken Ich bin absolut Ähm Begeistert gewesen Ich hab's verschlungen Und ich fand die Die mitspielenden Figuren Ziemlich gut Es ist wirklich nur ein Ganz kleines Aber feines Drama Welches man aber Wunderbar Bildlich Ähm Weiter auserzählen kann Und ich hoffe Hier wirklich auf Eine sehr gute Verfilmung Beziehungsweise Eine sehr gute Mache Zur Serie Durch Äh Apple Und ich hoffe Dass ich mir das Irgendwie mal reinziehen kann Also ich hab mitbekommen Apple wird das ganze Schemper dieses Jahr Noch rausbringen Also ähm Freue ich mich drauf Ich hab die ersten Bilder dann gesehen Sieht auch extremst interessant aus Und äh ja Das ist meine dritte Empfehlung Beziehungsweise meine drei Empfehlungen Nochmal zusammengefasst Ähm 4151 von Ray Bradbury Ähm Die Verwandlung von Franz Kafka Und natürlich Macbeth Gerade Lese ich ähm Noch äh Verschlinge ich gerade noch ein anderes Ähm Buch Beziehungsweise eine Graphic Novel Ähm Und ich äh Diese trägt den Titel Love Sick Dad Ähm Wunderbar Wunderbar schön Äh Die verschlinge ich förmlich Und hab sie wahrscheinlich jetzt dann In ein zwei Tagen durch Dann kann ich darüber auch wieder berichten Und äh Ja Ich hoffe ihr Ähm Euch hilft es Und euch gefällt es Und äh Wenn ihr Bücher habt Die ich vielleicht mal reviewen soll Oder irgendwelche Filme, Serien Lieber Lob Schreibt es in die Kommentare Lasst ein Like da Share, Subscribest Und ähm Nicht zu vergessen Ähm Nennt mir auch gerne Bücher Die ich lesen soll Ich freue mich immer Wieder gern So Das war's mit einer neuen Folge Von Liebesbriefe Und ja Ich wünsche euch allen noch eine schöne Zeit Und bleibt gesund und glücklich Ciao Hallo Dies war mal wieder eine neue Folge Von Cherry Bombs und Liebesbriefe Wenn es euch gefallen hat Danke für eure Unterstützung Habt ihr gewusst Dass es über 100 weitere Folgen gibt Die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt Die sind auf allen Audio Plattformen zu finden Also checkt einfach mal unseren Linktree aus Den ihr in unserem Social Media finden könnt Oder scrollt einfach noch ein bisschen weiter nach unten Und sucht euch die Folge Von über 10 Sendungen raus Die euch interessiert Zudem werden alle diese Podcasts Auch als Video on Demand auf YouTube veröffentlicht Dort haben wir auch exklusiven Content Wie Vlogs Oder wirklich Sendungen Die nur für YouTube veröffentlicht werden Also schaut doch mal rein Und checkt auch unsere Social Media Kanäle Facebook, Instagram, TikTok Wo ihr auch unseren Linktree finden könnt Wo ihr sehen könnt Wo wir noch überall verfügbar sind Zudem streamen wir regelmäßig live Und es gibt die Streaming Highlights auf YouTube Das war jetzt ziemlich viel Danke, dass ihr zugehört habt Und danke für eure Unterstützung Liked, shared und subscribed Goodbye and good night Bye and good night